Guten Tag! Das haben wir vergessen aus! Wir müssen da noch zum extensions haben! aucoup γライb Wir müssen auch mal ausprobieren! Genau! Schau mal, der da jetzt in meinem Gipzig-Fleiß-Baden. So, jetzt liegt er fest. Ich kann ja nochmal auf die andere Seite gehen, vorbeigucken. Das stimmt doch nicht. Das stimmt doch nicht auch. Ja. Mal, guck mal, was da vorne ist. So. Wirst du vielleicht rufen? Ja. Vielleicht. Irgendwie. Ja, komm. Ja, dann habe ich mir einen Halt. Schau. Nein, sieh, sieh. Ich bin großartig. Ich bin großartig. Schau. 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 Das ist eine kleine Auge. Auge nicht hinsetzen. Das ist eh krank. Lass es von außen kommen. Dann kann es besser gucken.